Wir haben gerade eine Wellnessreise gemacht. Mal weit weg von allem. So eine kleine Atempause. Um mal Abstand zu gewinnen. Wir sind so richtig runtergekommen. Mit ausgewogener Ernährung, viel Entspannungsmusik und jeden Tag einer Schönheitsbehandlung. Herrlich, wenn sich mal alles um einen selbst dreht. Also, so eine Wellnessreise, da fühlt man sich gleich Jahre jünger. Erleben Sie Urlaub neu. Aida Erleben Sie Urlaub. Erleben Sie Urlaub. Erleben Sie Urlaub. Erleben Sie Urlaub. Musik